Lusho King ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Psycho, existiert seit der zweiten Spielgeneration und ist neben Lamus eine von zwei möglichen Weiterentwicklungen von Phlegmon. Mit die Schneelande der Krone der zweiten Erweiterung von Pokémon Schwert und Schild wurde eine Regionalform namens Gala Lusho King eingeführt, welche die Typen Gift und Psycho besitzt. Lusho King ist ein großes, zerbeiniges Pokémon, sein Körper ist bis auf beigefarbene Zierstreifen am Bauch sowie die ebenfalls beigefarbene Schnauze hauptsächlich rosa gefärbt. Lusho Kings dicklicher Körper weist kurze, stämmige Arme und Beine sowie einen spitz zulaufenden Schweif auf. Lusho King zeichnet sich durch eine auffällige, muschelförmige Krone aus, die von Muschers gebildet wird, welches ihm in den Kopf gebissen hat. Die spiralförmige Muschel ist grau und mit zwei großen Hörnern, einem zackigen Kranz sowie einem roten Juwel versehen. Hinzu kommt eine rot-weiß gestreifte Halskrause. In seiner Shiny-Form ist die rosa Haut dunkler gefärbt und der Kragen ist dunkelblau und weiß gestreift, wobei die Perle auf der Muschelkrone pink gefärbt ist. Die Regionalform von Lusho King aus der Galaregion verfügt über denselben Körperbau, jedoch färbt das Gift, das durch seinen Körper strömt, seine obere Körperhälfte sowie die Schweifspitze lila. Die aus Muschers gebildete Krone sitzt tiefer in Lusho Kings Gesicht und bedeckt seine Augen, woraufhin die Muschelkrone selbst das Sehen übernimmt. Die lila farbene rundliche Krone, weiß dunkle Flecken und ein grünes Juwel über den schmalen Augen auf und aus den Löchern am Ende der Hörner tropft Gift heraus, wenn Lusho King den Kopf schief hält. Lusho King ist an sandigen Stränden zu Hause. Es stellt eine besondere Symbiose aus Fleckmon und Muschers dar. Bei der Entwicklung beißt Muschers ihm in den Kopf und injiziert ein kräftiges Nervengift, das im eher dümmlichen Fleckmon einen scharfen Intellekt, ein präzises Gespür und gewaltige Psychokräfte freisetzt. Lusho King, das monarchischen Pokémon, zeichnet sich durch einen großen Forscherdrang aus und erkundet die Geheimnisse der Welt mit großem Interesse. Bei Wissenswettbewerben kann Lusho King es daher selbst mit Nobelpreisträgern aufnehmen. In der Alula-Region ist es als Weiser der Meere bekannt und liefert sich Wissensduelle mit anderen hochintelligenten Pokémon wie Kommandutan. Dabei legt es einen ruhigen und gemütlichen Charakter an den Tag und bleibt auch in schwierigen Situationen besonnen. Zudem ist es sehr freundlich und löst schwierige Probleme, wenn man es darum bittet. Nur kann niemand seine Sprache verstehen. Sollte Muschers seinen Kopf versehentlich freigeben, vergisst Lusho King alles, was es hier gelernt hat und wird wieder zu Fleckmon. In Kämpfen zeichnet Lusho King sich durch seine großen intellektuellen Fähigkeiten und gewaltigen Psychokräfte aus. Diese Schleute ist Feinden in vormächtiger Attacken wie Psychokinese entgegen. Ebenfalls gehören kräftige Wasserattacken wie Surfer zu seinem Repertoire. Die Fleckmon in der Galaregion haben eine Regionalform ausgeprägt, die durch Galanüsse zustande kommt, die sie fressen. Sie reichen die giftigen Stoffe in ihrer Leibspeise im Körper an. Es ist gängig, Fleckmon aus Galanusszweigen Schmuggelstücke anzufertigen, die es über alles schätzt. Auch Muschers scheint davon angezogen. Legt man einen Galanusskranz auf Fleckmans Haupt, beißt es dort zu und löst eine Wechselwirkung, das mit den Gewürzpartikeln aus, wodurch sich Galasho King entwickelt. Dieses gilt als mysteriöses Pokémon, das an einen Hexenmaster erinnert und stetig eigenartige, unverständliche Beschwörungsformeln vor sich hin murmelt, über welche es mit Artgenossen kommuniziert. Man vermutet, dass Muschers das Pokémon kontrolliert und seinen Verstand schärft. Die Giftstoffe im Körper mischt Galasho King mit seinem Mageninhalt, um eine sonderbare Medizin zu kreieren. Das schlägt sich in ihrer besonderen Fähigkeit kuriose Arznei nieder, welche Statusveränderungen seiner Mitstreiter zurücksetzt, wenn es den Kampf beitritt. Galasho King haben zudem die besondere Attacke Schauderspruch ausgeprägt, dessen gemurmelte Beschwörungen schaden dem Gegner und reduzieren gleichzeitig die Angriffspunkte der zuletzt eingesetzten Attacke. Galasho King ist eine mögliche Weiterentwicklung von Fleckmon. In den Spielen entwickelt sich Fleckmon auf Level 37 zu Lamus und seit der zweiten Spielgeneration durchtauscht mit einem King-Stein zu Lashho King. Im Anime entwickelt sich Fleckmon durch einen Biss von Muschers in den Schweif zu Lamus und durch den Biss in den Kopf zu Lashho King. Außerlich verändert sich das Pokémon bei der Entwicklung zu Lamus kaum. Es steht nun auf seinen Hinterbeinen und hat einen Pokémon an seiner Route. Bei der Entwicklung zu Lashho King gibt es mehr Veränderungen. Es steht auch auf seinen Hinterbeinen und hat eine kürzere Route. Es hat eine Krone und einen weiß-roten Kragen. Mit seinen Typen nimmt die Normalform von Lashho King halben Schaden gegen Feuer, Wasser, Eis, Kampf, Psyche und Stahlattacken, doppelten Schaden gegen Pflanzen, Elektro, Käfer, Geistern und nicht Attacken und der Rest macht normalen Schaden. Bei Galasho King sind ja die Typen etwas anderes, weswegen auch die Wechselwirkungen anders aussehen. Galasho King nimmt viertel Schaden gegen Kampfattacken, halben Schaden gegen Pflanze, Gift, Fea-Attacken, doppelten Schaden gegen Boden, Geistern und nicht Attacken und der Rest macht normalen Schaden.